So Leute, Halli-Hallöchen und Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Heute machen wir mit diesem Hauch der Windblumen weiter, denn da können wir wieder ein paar Fotos schießen und können hier wieder ein paar Lieder hier spielen. Aber wir können auch hier die Quest-Reihe weiterführen, was wir demnach auch machen. 8 Uhr übernächsten Tag, okay. Dann mache ich es aber so, ich klatsche noch schnell zu Farzan rüber und mache da noch ein, zwei, ähm, ein, zwei, ähm, ihr wisst schon, wie heißt es nochmal? Äh, Aufgaben. Text-Dialoge mit wahrscheinlich ihr. Hier noch kurz die täglichen Belohnungen einsammeln, die unsere Kameraden mit uns bringen. Und da noch rüber teleportieren. Fium. Denn in der überletzten Folge, ähm, waren wir hier, ja, hier mit Farzan unterwegs und haben Relikte begutachtet. Gut achtet. So, hier. Ich glaube, sie hat nicht 100 Jahre in diesem, in diesen Ruin, äh, verbracht, sondern, äh, nur so 30, 50 Jahre, keine Ahnung. Oder so, wie bei dem Text hier, äh, 20 Jahre. Meine liebe Tochter? Oh, das ist schon ihre Mutter. Oh, das ist ja auch so eine Lebensform. Oh, das ist ja auch so eine Lebensform. Äh, auch wenn alle schon verstorben sind, betet es immer noch, dass du wohlbehalten zurückkehren kannst. Okay. Aber es wurde auch noch ein Jahrhundert gegründet. Und es hat noch 100 Jahre lang gelesen. Tinary hat gesagt, dass ich meine Geschichte über deine Geschichte erzähle. Tinary ist ja kleiner. Ich habe keine Angst. Es ist auch kein Geheimnis, aber es ist kein Geheimnis. Ja, das stimmt. Dann gehen wir mal zurück. Na, was liegt da? Oh, ich wollte es klassisch mit E einsammeln. Ah, Entschuldigung. Da war ich wohl noch in einem anderen Game aus Versehen. Gut, dann stürzen wir uns zurück zu Tenari und den anderen. Die aber der Faro-Sank-Schwest noch in Sumerloy vorbeiland. Aber in der Mondstadt-Quest sind sie ja schon in, äh, Mondstadt. Ja, ich bin wieder da. Ähm, sprich alles offen aus. Verschweige die Sache mit Tena... Tami... Tamimi. Das ist, äh, schwierig. Aber ich... Ich bin mal offen. Ich bin tyle, aber ich muss mich nicht im Jawohl... Das ist das... Ich habe in einer Zeit in 100 Jahre altes Jahre altes Jahre. Ich bin ein bisschen... Okay. Warte einen Tag. Okay. Dann nutze ich die Zeit aber und switche wieder rüber auf die andere Questreihe. Ähm... Das da. Dieses Windblumenfest. Hm... 8 bis 12 Uhr. Übernächsten Tag. Das müsste ja theoretisch hier sein. Oder müsste ich dann nochmal einen Tag warten. Wegen übernächsten Tag. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von der Pharisan-Quest aufgehalten. Weil ich jetzt hier stehe. Äh... Das ist die Pharisan-Quest. Und jetzt nochmal einen Tag. Für die, äh... Mondstadt-Quest. Für die, äh... Mondstadt-Quest. Sprich mit Sakurus. Boing, boing. Boing. Skrass! れS масst ist hierher. 好 these. Oh, okay. Verstehe. Gibt es Fortschritte bei den Rätseln? Okay. Vier Rätsel aus der Prophezeiung. Mit verschiedenen Experten meint sie wohl Albedo und Tenari wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so auf die Schnelle vermuten. Mal gucken, ob alles läuft. Ja. Könnte ja sein, dass es nicht so ist. Okay, klingt, äh, einleuchtend. Dann, wir beginnen mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt war wohl... ... die Blut nicht existiert, oder? Ich glaube, ich bin Albedo-Sensei. Ich glaube, die Blut nicht existiert. Also, Albedo-Sensei ist auch eine Kandidatin. Sakarose ist auch eine Kandidatin. Ja, genau. Skrose hat 4-mal große Sweet-Flauern studiert. Äh? Wotoshino? Ja, genau. Hineri auch, oder? Er ist ein Ranger-Chau, und er ist sehr interessiert für die植物-Geschichte. Ja. Dann, dann, Hineri-San. Dann haben wir eine Gruppe schonmal vor... äh, vollständig. Sakarose, Albedo und Tenari ist Gruppe 1 mit Sakarose. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Gruppe. Wegweiser, der sich niemals verirrt. Vielleicht Xino? Oder Amber Schatz als Kundschafterin? Und dann, woher kann man den Menschen zeigen? Das ist nicht so einfach. Astrologen? Mona? Bennet? Warum der? Ja, 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 ich weiß ja nicht. Hm, hm, ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, dass ich die Schmerzen der Anwarze nicht so lange verursachen kann. Ich habe es mir gedacht, dass ich die Schmerzen des Schmerzen des Schmerzes nicht so lange verursachen kann. Oh, ich habe mich gedacht. Am Anfang der Anwarze ist der Anwarze nicht so, was ich bin. Sie hat uns nicht nur Stimmweg gezeigt, sie ist auch das erste Mädchen, das uns begegnet ist. Oh, Mika. Interessant. Wir haben noch eine Zeit mit Kolei, aber ich habe noch nicht gehört. Entschuldigung, bitte. Ich kann auch noch einen Platz verändern und sprechen. Oh! Okay. In der Menü versteckt die Rätsel. Akt 2. Sprich mit Kolei. Wo sind die? Da oben irgendwo. Soll das das Gasthaus sein? Der Blick, der Blick, der Blick. Ah ja. Ich bin... Hä? Nicole scheint Geschenke einzupacken. Äh, was? Achso, Geschenke einzupacken. Geschenke... Gedanken. Und jetzt versucht sie, sie zu verstecken. Ich frag mich, für wen sie sind. Na, für Amber, Schatz, natürlich. Gut, wir gehen zusammen. Ich frage mich, ob wir auch Geschenke einpacken können. Die Look? Ich glaube, ich glaube, dass ich nichts zu erzählen habe, aber ich glaube, ich glaube, es ist schwierig zu erzählen. Also, Gaiyan ist ein sehr guter Mann, aber... Reputation Ich weiß zwar nicht mehr, ob es geht, aber sie suchen nach irgendeiner Person Äh, Jean, großartige Frau, aber... Okay, ach so, sie suchen nach einer Person, die niemals lügt, jetzt habe ich's Ja, das ist natürlich schwierig, eine Person zu finden, die niemals lügt Ja, aber Klee lügt auch, wenn, äh... Ähm, sehr streng, ja, das stimmt Rosa? Ähm, ich glaube, dass ich die Kirche von Rosalia nicht so lege, aber... Wie ist das? Äh, ich weiß nicht, wie du Rosalia nicht so lege, oder? Okay. Okay. Kluge Menschen machen sie also neugierig. Kluge Menschen machen sie zum Beispiel nicht das, sondern sie haben sie zu klicken. Und ich habe sie gehört, weil sie sie zu hören haben. Ich habe sie zu sagen. Also sie sind nicht was für eine Beziehung. So muss sie sagen, dass sie sagen, oder? Das ist eine große Sache. Oh, das ist die Sache. Das ist ein sehr Geruch. Dass Saino nicht lügen würde. Riesel. Ja, Riesel könnte man auch nennen. Ja, das stimmt. Der ist ja nicht so der Typ für Lügen. Noelle? Die Antwort. Ja, das ist ja nicht so. Du bist ja nicht so. Du bist ja nicht so. Du bist ja nicht so. Ich bin in der Floppa-Bank. Werkbank? Nein? Timaius. Ja. Er ist, dass... Der... ... also... Timaius ist schon mal auf die Welt. Ei 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 Jucka die Mäki nozlui Oi ei 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 Aber ich habe den Sinn, dass ich mit einem DMA-US Motionspreis mit dem Wein-Yos kommeretle, und ich hätte keinen Bock machen können über die Frauen bei einem guter Mädchen, was auch ich für dich Online-Wind-Bloom. Aber ich habe diesen Vinnigern, was ich für die Frau des Mädchen? Welche SMS wird das? Ich habe die Frau in Angst. Ich habe es in der Abiliea gesehen. Ich habe es in der Abiliea-Frage. Ich habe mir das zur Ausbildung. Ich habe es mit einem Sport für die Frauen-Renger-Joseh-Frage. Also wollte ich Ihren ja! Ganz ähnlich. Äh, ansehlich. Na, unsere Legende, die niemals endet. Äh, nicht unbedingt, aber einleuchtend. Äh, nicht unbedingt. Echt. Wie ist es? Die Jetschenden-Konin-Konin-Konin. Du liest auch viel, nicht wahr? Ich bin ein Lenschen-Bussitz. Ich bin ein Lenschen-Bussitz. Vielleicht kann ich auch einen Kray-Chan. Ich bin ein Lenschen-Bussitz. Interessant. Das sind sehr viele Leuchte, die wir jetzt schon in unseren Teams eingeordnet haben. Sakurus erzählt allen Anwesenden von ihrer... keine Ahnung. Dann sind sie mit dem Schroer und dem Schroer und dem Schroer und dem Schroer. Ich werde wirklich Kraft. Ich bin ein Schroer. Ich werde mit dem Schroer und dem Schroer gehen. Bald losziehen, ja. Was sagt die Uhr? 21 Minuten. Huch. Geht ja schon gleich weiter. Huch. Ach, wir spielen jetzt die beiden. Finde Lisa. Na, die ist doch hier in dieser Bibliothek. Oder in der Bibliothek, oder nicht? Ja. 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 Ich weiß nicht, da, oder? Huch, was machen die drei denn da? Suchen die in den Büchern nach dieser Blume, oder wie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alles klar. Kolei, Kolei ist gekommen. Was ist das? Das war's geil. Was ist das? Was ist das? Sie sind in der Schule gekommen? Sie sind für mich. Ich bin nicht anders. Ich habe keine Informationen. Sie sind für mich. Was ist das? Was ist das? Die. Sie sind für mich. Ach. Sie ist für mich. Das ist eine Beschäftigung. Ich bin nicht. Nein, nein, nein. Dann, nein. Sie kennen vielleicht, äh, Ksaido. Was ist das? Wie ist das? Und die anderen halt. So. Ich habe mich. Oh, ich kann nicht sagen, dass ich das Wort nicht schaffe. Skloss Box? Ja, ich habe nachher gedacht. Ich habe diese Fragen gesagt. Ich habe eine Mailbox in der Nähe des Regierungsbank. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das Skloss Box habe. Das ist Skloss und Koray-Box. Ich kann nicht so sagen, dass ich hier nicht benutze. Ich weiß nicht, ob ich nicht benutze. Es ist sicher ein guter Weg. Oh, ich weiß nicht, ob ich es nicht sagen kann. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sagen kann. Wenn ich mich auch vorbereitet habe, dann muss ich dir die E-Mail-Bots in den E-Mail-Bots. Ja, ich will. Dann können wir die Leute hier in den Hier. Dann können wir die Leute suchen. Ja, ja. Mhm. Interessant. Was haben wir jetzt noch? Was introvertiert? Ah, introvertiert ist doch dieser eine Ausdruck für schüchterne Personen. Naja, das liegt aber nicht nur an, äh, Sucker Rose, sondern auch daran, dass sie wieder Ambush-Hatz getroffen hat. Ja, klar? Ja, das steht nicht nur an, äh, wenn es nicht mehr, sondern auch nach Hause geht, wie sie noch nicht mehr im Moment zu verstehen. Ja, aber, wenn ich bei Kolay erstegang bin, habe ich gesehen, ist das alles, was ich nicht mehr. Das ist das, was die Morin-Bio-Koray-Koray-Koray hat, dass ich die Lose beschäftigt habe. Kolay ist sehr, dass ich so viel, wenn ich den Gründen zu erfahren habe, diese Lose beschäftigt. Das ist gar nicht so, dass ich nicht so, dass ich den Hecht verraten. Die Lose, die Lose sehen, ist egal. Das ist das, was ich zu sagen. Ich bin ein Freund, aber ich bin ein Freund. Nach dem Abschied von Sakura und Kuli. Und dann. Ladebildschirm. Folgen wir die beiden oder? Achso, nein, das ist jetzt, ähm, äh, das, das war jetzt vorgeplänkt und jetzt kommen wir wieder zu uns. Geh in die Nähe der Ankündigungstafel von Moonstadt. Und dann. Ah, da ist Lisa und, äh, der Rest der Bande. Und da ist jetzt auch, äh, Mika. Der neue Typ, wo, ähm, auch irgendwann mal in Banner kommt. Äh, natürlich. Ja, nicht. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Ja. J-Jorosiku onegaishimasu. So kassikomoranなくてもいいぜ. Coizrat wa moo nagai tukioi nanda. Minda iihto da zo. Windo, blöme, sai. Tanosii. Oida, tachi, maada asondei ni. Joguen te, nann no joguen da? Ii joguen desu ka? Sure tomo, warui joguen? Alle Anwesenden der Prophezeiung, blablabla. Ja, irgendwie kannst du schon helfen. Nicht, dass du so nutzlos bist. Naja, mit seinem Abenteurerkomplex könnte er wahrscheinlich doch durchaus behilflich sein. Haha, da ist klar. Ich glaube nicht, dass das nur bei einer Tassen Tee bleibt, wenn sie uns schon so einladet. Jetzt kommt wieder die Geschichte von Sakuras und Kalei. Wenn ich dann wieder draußen bin aus dem Dialogkomplex, dann heißt das wieder Folgenende. Oh no. Da ist Emma, Schatz und Noelle und die anderen. Yula ist auch dabei. Ah, Entschuldigung, ja, die beiden sind auch da, Kalei. Mit einem langen Schal. Die ist gleich ein bisschen von hier. Äh, in den Augen. Äh, andere Magno, ey. Ja, wir kennen sie doch. Äh, 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 k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k. Das ist nicht so schwer, dasbergange. Super, schaff ich mich. Danke, bin ich mir in den Geist spongen. Aber wenn ich mich und Korreih-San, die hier sind, sind alle ein Mädchen von Mädchen. Ich habe schon gehört, aber wenn ich so eine junge Mädchen sehe, dann bin ich überraschend. Was ist Korreih-San? Ich bin in der Abidia-Morri, ich bin ein Mädchen von Abidia. Stimmt, sie ist ja auch noch keine richtige Retterin. Okay... Ah, ich bin doch nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe eine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. ...eigene Überraschungen erhebt... ...Sakaros und Kuläten nehmen die Überraschung zum... und was... ...ah, das mit dem Verzeihung haben die erzählt... ...und ist auch ein重要er... ...mitarren Sie dann? Es ist so cool. Also Sie sind kein kaleider. Sie müssen sich putzen und darauf achten, ...wählen Sie zuerst einen Wenden. Ja, das mit ihren Kuläten. Okay, gut! Was zeig, dass du daran gedacht hast, was deine Erinnerung warst? Ich bin sicher, dass ich mich nicht bereit bin. Aber bevor ich mich nicht mehr über die Route des Patrolen zurückgekehrt habe, woher ich mich? Heute geht es bis zum Windel von Mondojo. Wenn ich nicht mehr Hilfe für dich, dann würde ich mich gerne an. Aber... ...ich... 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 Oh, ah, so, ja. Dann, dann sehen wir uns wieder. Geh mir vor. Tschüss. Und dort gehen sie ihre Patrouillen. Oh, das ist ja gut, und... Das ist doch so. Das ist doch so. Ich habe einfach nur etwas, was ich. Am ich? Naja, sie sind nicht nur Freunde, sondern mehr so Geschwister, könnte man fast meinen. Aber ich war immer noch nicht so, dass ich mich nicht mehr als die Welt war, und es war sehr stark, und ich hatte auch sehr stark die Verwaltung. Aber Amber hat mich, wenn ich mich nicht so gesehen habe, dass Amber nicht... Ich hätte vielleicht nicht hier sein können, dass ich hier nicht war. Deswegen bin ich, dass ich mich nicht mehr so interessiert habe. Aber... Ich kann es lesen. 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 Glaskolben? Ich kann es lesen. 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 Ich kann es lesen.